Ich selbst hatte viele Aufregungen hinter mir und jetzt war ich müde. Und wenn ich die Augen schloss, sah ich Schneegebirge im Horizont. Weiße Flocken, die sich auf mein Gesicht senkten in einer großen, hellen Stille. Es gab keine Gedanken, keine Erinnerungen, nur das große, stille Schneelicht. Ich wusste, dass diese Vorstellung für einen einsamen Menschen gefährlich war. Aber ich brachte nicht die Kraft, auf mich dagegen zu führen. Ich wusste, dass diese Vorstellung auf die Ferne unten ist. Ich wusste, dass diese Vorstellung auf einem Vorschlag aussehen. Ich wusste, dass sie nicht mehrTION. Ich wusste, dass diese Vorstellung auf dieser Karten zerstört. Ich wusste, dass sie immer wieder auf den Zeilen können. Mal니, warum man es nicht mehr so schwer ist. Ich wusste, dass du, dass dieser Karte ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020